Es ist auf jeden Fall schon wieder nur Gras. Oh, ne Hexe. Hexe, 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 Hexe. So. Zucker hat zu fallen lassen, na gut, okay. Das ist nicht unbedingt das, was ich haben wollte, aber... Wenn's denn nicht anders geht... Nehmen wir halt Zucker. Auch hier scheint es wieder nicht unbedingt die tollsten Dinge zu geben. Ah, das mit dem Biomladen regt mich ein bisschen auf, ganz ehrlich. Finde ich schade. Weil gerade so Potzer oder so müssen wir eigentlich schnell finden, weil... Das Honey Project Jopek kennt das ja noch nicht, das heißt, es müsste eigentlich die Originaltextur haben. Und man müsste es also sehr leicht sehen können. Wenn sich das dann abhebt von anderen Texturen. Ey, ohne Mist, das mit dem Biomladen regt mich richtig auf, gerade. Ich mach jetzt mal was. Chunksichtweite... 10. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Oh, was ist das? Ne, ist das aus dem Haus gerade. Weil mich auch wundern, das ist ja kein einziges... NPC... Hier so, auf diesen Wiesen hast du früher NPC-Dörfer noch und nöcher gefunden. Was heißt früher vor... Ach. Haha. Ja, gut. Ich sag da zu sich, gell. Dann... Ja, gut. Dann haben wir halt einen NPC-Dörfer gefunden. Ich sollte öfters fluchen. Das bringt was. Hoffe ich. So. Hier ist keiner. Hier haben wir ein paar Kartoffeln und Karotten und so. Na du! Weizen willst du haben? Ja, gut. Dann hol ich dir mal Weizen. Moment. Ich hole Weizen, sagte ich. Weizen, Weizen, ich muss da hießen. So, da muss ich noch fließen. So, äh, Weizen, will er, da haben wir natürlich jetzt erstmal nicht genug. Moment, ach, ich muss da essen. Du gibst jetzt ein Brot ins Markt. Okay. Du bist geworden im Wisch, das habe ich gegessen. Oh, du bist ein Priester. Kloster und Flussmarkt. Wolle. Bücher. Hühnerfleisch, was man das tut hat. Das ist meine. Hühnerfleisch, Bücher. Ja, dann hol ich mal kurz ein Bücher. Äh, aber es ist das Wunsamkeit, gern. Muss anders erbauen. Darf ich nicht mit Wunsamkeit abbauen, sonst wird das nichts. So, wir haben jetzt zu Hause genug Bücherregale, da brauchen wir die jetzt nicht unbedingt. Vielleicht geht das ja schneller. Glaube ich zwar nicht, aber trotzdem. Also, früher bist du in so einem MPC-Dorf, da hast du gesagt, oh, MPC-Dorf, oh, alles ausrauben. Mittlerweile, tja, MPC-Dorf, ne? Das ist toll, was du hier wirklich finden kannst, in MPCs und Bücher. Ich hab zwar nicht gegen Bücher, aber es ist nicht mehr so die Härte, wie damals, früher noch. Ich weiß noch, damals. Da war alles viel besser. So. Wieso legt das denn im MPC-Dorf jetzt? Das gibt's ja gar nicht. Wolltest du Bücher, ne? Du wolltest Wolle. Wolle. Du wolltest Bücher und zwar elf. Ups. Auch da liegen sie. In der Frage hab ich für meine Bücher wenigstens zurückbekommen. Ah, hier hab ich angefangen? Okay, gut. Ich hab hier jetzt ne 3 Smaragde. Rot. Weizen. Hast du jetzt ne Weiterbildung? Ja, hast du nicht. Hallo, bleibst du mal hier? Ich hab Wolle. Ich hol mir mal ganz kurz Wolle. Sind ja genug Schafe da. Oh, sind mehr als genug Schafe da. Zum Glück. Zu unserem Glücke. Die wollen, glaub ich, nur Weiße Wolle dann haben. Zwölf. Da ist noch eins. So. Du kannst schon was das ist, so kann ich nicht weiter aufnehmen. Bis gleich. Ja. Ich habe noch ein, zwei Programme zugemacht im Hintergrund. Ich hoffe, das bringt's jetzt. Ähm. Ich hab jetzt schon was vor der. Wolle, wolle, wolle. 15 hab ich erst. Natürlich hab ich ein zu wenig. Warum soll ich auch genug haben? Das bringt's immer noch nicht. Alter, was ist denn das für ein Mist? Ich hab' da nicht sein. Ich hab' da nicht sein. Ich hab' da nicht sein. Das ist Minecraft, verdammt. Minecraft. Da hab' ich wesentlich schwierige Spiele schon auf dem PC gepackt. Ich meine, ich spiele eine Session's Creed auch ohne Ruckeln. Also warum sollte Minecraft dich hinholen? Los, komm. So. Ey, wenn du weiter ruckelst. Ich krieg' echt ein zu viel. Ich hab' geschaut, ich hab' noch 800 Gigabyte Aufnahmeplatte. Also daran kann's auch nicht liegen. Also ich weiß nicht. Also... Du wirst zwölf... Oh, was denn der jetzt gemacht? Wer wollt ihr denn jetzt Wolle geben? Wolle, Wolle, Wolle. Das ist ja doch. Wolle. So. Und dann zufärb ich den Rest gleich mal weg. Das brauch ich eh nicht mehr. Hähnchen, Fisch. So, dann geb' ich den jetzt mal in den Maragd. Mal gucken, was er denn gibt. Wolle, weg. Kekse würde ich mir jetzt noch geben. Probier's gleich mal bei dem da noch, weil der gibt mir auch drei Brot. So. Er kommt. 10 Pfeile War nicht so das wahre Mit Glossow kann ich jetzt auch nichts anfangen, aber Na ja, ich probier's mal Glossow Brauch ich den Zugweiter von weg Ja, wow, Rückstoß 1 Das ist jetzt nicht so der Burner Nein, nein Wieder hinten vielleicht Auch du willst mir 3 Brot geben Okay, dann hab ich jetzt 9 Brot insgesamt Da hat sich wenigstens gelohnt, da haben wir wenigstens ein bisschen Futter gekriegt Und, ja gut Alles Banausen, Kunst Banausen sind das Ist es das? Ne, oder doch Berge Ach verdammt, ich dachte das ist vielleicht so ein Potsalding jetzt Aber denkste, es ist einfach nur ein dämlicher Komisch unterteilter Strich in der Landschaft Ach ja, ach ja Na ja, okay Dann gehen wir mal weiter Das sind auch ordentlich viele Schafe Ich könnte jetzt theoretisch zurücknehmen Wenn wir noch zweites Mal Erektor oder so holen Aber Das kann ich aber zu Hause machen dann Wir handeln so Ich verstehe echt nicht, was das ist mit dem Ich weiß nicht Ich drücke mich dann wirklich mega auf Das tut mir ja nicht, dass ich mich darüber aufrege Aber Es ist ja auch nicht schlimm für euch Wenn ihr alle 3 Sekunden so So gelackt seht Ich verstehe, ich habe jetzt gerade geschaut Die Minecraft Datei ist von 900 1000 auf 1,5 Millionen gegangen ist mittlerweile Aber Ey, ganz ehrlich Wir erkunden doch gerade nur ein neues Biom Das kann doch nicht so schwer sein Also wir erkunden viele neue Biome Aber Kann doch nicht so schwer sein Das Siehste, das Ich weiß nicht Ich kann es mir nicht erklären Ihr Schafe, verratet mir doch, wo ich endlich ein neues Biom finde Als ich suche Bitte Verratet es mir Ich weiß es nicht Ich will es finden Doch tun mir nur die FPS schwinden Hier ist nur mehr Das heißt, hier kommen wir dann wieder auch nicht weiter Unser letztes Boot ist ja auch kaputt gegangen mittlerweile Aber ich könnte noch eins basteln Aber da bräuchte ich Eine Workbench zu So Ich bin überrascht Nicht überrascht Was ist das hier unten? Hier ist noch ein bisschen Eisen Okay, nehme ich mit Habe ich jetzt so nichts dagegen? Moment Habe ich jetzt so nichts dagegen? Moment Eisen Was weiß nicht Ich weiß nicht, meine Kohle Ich schaue aber gerade Kohle, soweit ich das gesehen habe Momento 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 Ja, da ist die Kohle Autsch Tut doch weh So, dann wollen wir uns kurz mal fackeln Na, bloß alles auf einmal Nicht nur eins Was ist das? To Ton Achso Ton Habe ich den gebrannt? Ach nee, ich meine Der sieht nur Ich meine Der sieht ja nur Mein Texturexel aus Stimmt ja Das ist halt weh So Das ist ein Creeper Einer von der besonders creepy-erischen Sorte Creepy-erischen Sorte Ich glaube, wenn das weitergeht, dann muss ich gleich die auf einmal abbrechen Lass mal alles rendern Den PC vielleicht mal ausschalten oder so Irgendwas machen halt, damit Das nicht so weitergeht Gut Die Höhle gibt jetzt eh keinen großen Sinn Dann würde ich sagen, würde ich die auf einmal sogar hier abbrechen Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Und ich hoffe, ich habe das behoben Das geht ja gar nicht Ich hoffe, es stört nicht so sehr, wie mich das jetzt stört Dann wäre ich hier halbwegs Zufrieden Wenn ich das nur halbste sein, stören würde wie mich Aber ihr seht schon, hier ist jetzt nicht wirklich was Spannendes in der Höhle Na, okay Bis zum nächsten Mal Okay, tschüss Ich hoffe, ihr habt trotzdem anderen Spaß Wir haben ja doch ein bisschen was gefunden Tschüss Ja Und Dame Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Magic Auf Was ist Magic Mein ich bin Ja Ich mach die Musik mal ein bisschen leiser Weil ich muss heute ein bisschen leiser sprechen Ein bisschen Lieblicher sprechen Lieblicher sprechen, oh mein Gott nicht so schnell ja also warum bin ich hier warum bin ich hier was sind das fragen also ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll mit labern einfach mal nur weil es ist einfach fangen wir mit dem sinnvollsten von allen an ich war jetzt eine ganze ecke krank liebe freunde oder ich bin es immer noch aber 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 ich halte es einfach nicht mehr aus ich bin jetzt der seite geschlagenen drei tagen krank sitze vor meinem pc und kann einfach nicht konnte nichts aufnehmen und so ist zwar nur schlüpfen und so was ist halt die ganze zeit dazu gewesen ist das klingt alles scheiße und alle drei minuten nase hochziehen und 5000 taschentücher überall und tonnen von tee und ihr wisst ja wie das alles ist und da habe ich jetzt sind jetzt wo es endlich ging habe ich gesagt okay nimmst jetzt auf und sonstig nicht wie du nimmst jetzt auf du ich brauch das einfach ich muss jetzt einfach so viel zu quatschen und drei tage ich bin ich bin geistig schon fast total gestört einfach nur ja wir wollten wieder nach hause das weiß ich noch da dachte ich mir jetzt so viel zum quatschen und so viele dinge über die man reden kann gerade die einen gerade im kopf umgeistern nehme ich nehme ich doch minecraft weil ich da kann man ja am besten quatschen das karia hat gerade probleme deswegen kann ich da auch gar nicht weiter aufnehmen also würde das da eh nicht gehen und da ist es dann bei minecraft gelandet so einführung ganz fenomenal langweilig spannend gemacht und jetzt geht es weiter wir waren dabei wir wollten unbedingt biome finden wunderschön und doch nicht vorhanden und darum gebe ich mich jetzt einfach mal in diese richtung habe ich auch noch holz dabei ist dann ergibt es natürlich keinen sinn wenn ich über das land übrigens mehr machen ich meine holz dabei